Ich begrüße euch zu einem weiteren Video aus der Reihe Sozialpädagogische Konzepte. Heute werfen wir einen Blick auf den Pyramide-Ansatz für 3- bis 6-jährige Kinder. Ich gehe mal davon aus, dass die meisten von euch noch nichts von dem Konzept gehört haben und umso mehr will ich euch dieses Video hier ans Herz legen. Einige Aspekte aus Pyramide eignen sich meiner Ansicht nach nämlich ausgesprochen gut, um die Qualität der pädagogischen Arbeit in Kitas zu verbessern. Entwickelt wurde der Ansatz in den 90er Jahren und zwar von dem Niederländer Jeff van Kuyk. Es ist also ein ziemlich modernes Konzept. Van Kuyk ist ein Psychologe. Sein Forschungs- und Interessensschwerpunkt liegt besonders auf den Kindern, deren Entwicklung verzögert verdäuft, weil sie sozial benachteiligt sind. Und für die Kinder, im Speziellen, aber auch für alle anderen, hat er ein sozialpädagogisches Konzept entwickelt, nämlich den Pyramide-Ansatz. Und genau diesen will ich euch heute vorstellen. In Deutschland ist der Pyramide-Ansatz zwar noch nicht wirklich weit verbreitet, aber das könnte sich in den nächsten paar Jahren ändern. In Bremen läuft aktuell die Initiative zur Stärkung frühkindlicher Entwicklung. Man untersucht hier, ob man sozial benachteiligte Kinder durch die Kombination verschiedener Programme besser fördern kann, als das bisher gelingt. Pyramide als sozialpädagogisches Konzept ist Teil dieser Programme. Wenn diese Initiative zu positiven Ergebnissen führt, dann gibt es natürlich ziemlich gute Gründe dafür, das Konzept auch in anderen Kindertagesstätten zu übernehmen. Vielleicht ist es bei uns ja dann in einigen Jahren so wie in den Niederlanden, denn knapp 40% der Kitas dort arbeiten nach dem Ansatz. Naja, das ist natürlich ziemlich spekulative Zukunftsmusik. Werfen wir also lieber mal einen Blick auf das Konzept selbst. Entwickelt hat von Kuhig die Methode nicht aus dem Nichts, sondern er hat sich diverse andere pädagogische Ansätze und Konzepte angeschaut und versucht, die Quintessenz dieser Theorien zu einem ganzheitlichen und theoretisch-wissenschaftlich fundierten Konzept zu vereinen. Ich mache an verschiedenen Stellen deutlich, auf jeden Fall Kuhig sich da beruft, wobei uns die meisten erst in den Methoden und Inhalten, also im zweiten Teil, ganz deutlich begegnen. Zu einigen Theorien habe ich selbst auch schon was online gestellt. Wenn ihr also irgendwas genauer wissen wollt, dann könnt ihr ja eine kleine Exkursion machen. Kuhig hat natürlich absolut recht, wenn er sich bei anderen Konzepten bedient, weil warum die Welt neu erfinden, wenn man doch auf Bewährtes zurückgreifen kann? Aber das sitzt nur am Rande. Jetzt mal zur Pyramide. Die Figur der Pyramide ist beim Pyramide-Ansatz-Programm. Der Körper hilft uns, die Idee hinter dem Ansatz verstehen zu können. Getragen wird eine Pyramide ja von einem stabilen Fundament mit vier Ecken. Und die vier Ecken stehen für verschiedene Elemente in der Pädagogik, die alle zueinander in Beziehung gesetzt werden müssen, um im Gleichgewicht zueinander zu stehen. Um im Bild zu bleiben, ein stabiles Fundament ist die Grundvoraussetzung dafür, dass überhaupt etwas darauf aufgebaut werden kann. Im Falle der Pyramide ist es dann der Fall, wenn die vier Grundprinzipien miteinander harmonieren und dadurch ein positives emotionales Klima entsteht, wodurch Lernprozesse gelingen können. Was verbirgt sich jetzt hinter den Ecken? Das erste Grundkonzept, also die erste Ecke, ist die Initiative des Kindes. Beim Pyramide-Modell geht man davon aus, dass das Kind selbst aktiv seine Umwelt entdecken möchte. Diese vom Kind ausgehende Initiative soll in jedem Fall erhalten bleiben, damit das Kind zu immer mehr Selbstständigkeit gelangt. Diese Vorstellung findet sich zum Beispiel auch im Bild vom Kind bei der Regio-Pädagogik oder auch bei Piagets Entwicklungstheorie wieder. Gegenüberliegend zur Initiative des Kindes liegt die Initiative der Erzieherin. Beim Pyramide-Modell ist nicht nur das Kind aktiv, sondern auch die Erzieherin. Sie gestaltet zum einen Lernprozesse und motiviert die Kinder. Im Unterschied zur Regio-Pädagogik ist es im Rahmen von Pyramide aber auch durchaus legitim, wenn die Erzieherin die Kinder stärker lenkt, zum Beispiel indem sie Angebote für Kleingruppen vorbereitet, individuelle Aufgaben an einzelne Kinder verteilt oder eine ganz intensive Unterstützung anbietet. Die Frage, ob jetzt in einer konkreten Situation eher die Erzieherin die Initiative übernimmt oder ob das Kind sein Spiel selbst gestalten kann, ist immer eine der Nähe und des Abstands. Das sind die noch beiden verbleibenden Gegensatzpaare. Beim Grundkonzept der Nähe geht es im Kern um die emotionale Unterstützung, die die Erzieherin leistet. Sie muss eine Bindung zu dem Kind aufbauen. Hier klingen jetzt verschiedene Bindungstheorien so ein bisschen an. Durch die vertrauensvolle Beziehung und die klaren Regeln schafft die Erzieherin für das Kind einen sicheren Hafen, also einen Orientierungs- oder Haltepunkt, den die Kinder brauchen, um ohne Ängste auf Entdeckungsreise gehen zu können. Die emotionale Unterstützung ist aber eben nur die eine Seite der Medaille. Ebenso wichtig ist es auch, dass die Erzieherin loslassen kann, damit die Kinder ihre eigenen Erfahrungen sammeln können. Wenn die Kinder in ihr eigenes Spiel vertieft sind, dann geht die Erzieherin auf Distanz. Wenn das Spiel der Kinder ins Stocken gerät, dann wechselt die Erzieherin von Abstand in die Nähe und leistet die notwendige Hilfestellung. Hierzu braucht die Erzieherin natürlich einen gut gefüllten Methodenkoffer und vielfältige didaktische Fähigkeiten. Abstand meint im Pyramide-Kontext aber noch mehr. Es geht nicht nur darum, den Kindern selbstgestaltete Lernerfahrungen zu ermöglichen, sondern auch um eine Erweiterung des Denkhorizonts der Kinder. Das Denken von Kindern im Vorschulalter ist ja noch sehr egozentristisch und stark an die konkrete Wahrnehmung gebunden. Piaget hat es in interessanten Experimenten nachgewiesen. In Pyramide versucht man, das Denken der Kinder schrittweise von dem, was jetzt gerade passiert und wahrgenommen wird, zu lösen. Das gelingt beispielsweise dadurch, dass man dem Kind Abstandsfragen stellt. Man kann zum Beispiel nach den Erfahrungen der Kinder oder nach Zusammenhängen fragen. Auch wenn man über eigene Erfahrungen spricht oder die Kinder zum Fantasieren animiert, regt man sie dazu an, sich vom Hier und Jetzt, also vom aktuellen Umfeld und den dort ablaufenden Handlungen zu lösen. Das war jetzt ein kurzer Ausflug in den Methodenkoffer der Erzieherin. Zur Methodik sage ich gleich nochmal ein bisschen mehr. Ich hoffe mal, das Fundament der Pyramide, also die vier Grundkonzepte, sind jetzt deutlich geworden. Durch genaue Beobachtungen muss man herausfinden, wo das einzelne Kind oder aber auch die Gruppe im Gesamten oder Kleingruppe, mit der man gerade arbeitet, steht und was es braucht, damit deren Entwicklung optimal gefördert werden kann. Je nachdem, zu welchem Schluss man bei seiner Diagnose kommt, müssen die verschiedenen Grundkonzepte unterschiedlich aufeinander abgestimmt werden. Das eine Kind braucht mehr Unterstützung, das andere weniger. Das eine Kind fühlt sich in der Kindertagesstätte total wohl und das andere ist eher unsicher. Im Gleichgewicht befinden sich die Grundkonzepte dann, wenn sie so austariert sind, dass die kindliche Entwicklung möglichst optimal gefördert wird. Jeder, der mal mit einem Kind zu tun hatte, der wird wissen, dass es schon bei einem einzigen Kind, geschweige denn bei einer ganzen Gruppe ziemlich schwierig ist, dem gerecht zu werden. Die optimale Förderung ist natürlich auch nur sowas wie eine Idealvorstellung. Aber man braucht ja immer ein Ziel, an dem man sein Handeln orientieren kann. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist die, welche Struktur der Ansatz vorgibt und welche Arbeitshilfen er für die Erzieherin bereithält, damit eine Förderung nach den individuellen Entwicklungsniveaus der Kinder wirklich gelingen kann. Zunächst mal bietet es sich hier an, fünf unterschiedliche Lernformen voneinander zu unterscheiden. Zwei Formen lassen sich eher der Initiative der Kinder zuordnen. Zum einen ist es das Spiel und zum anderen das selbstständige Lernen. Die Unterscheidung ist vielleicht ein bisschen willkürlich, weil Kinder ja gerade im Spiel lernen, aber es ist natürlich ein Unterschied, ob sich Kinder mit Material beschäftigen, um etwas zu lernen, zum Beispiel wenn ein Kind einen neuen Trick mit einem Fidget-Spinner einübt oder ob man spielt, ohne dabei irgendeinen Zweck zu verfolgen. Bei den anderen drei Lernformen kommt der Impuls eher von der Erzieherin. Ich stelle euch diese Lernformen jetzt etwas genauer vor. Schauen wir uns hier erstmal die Projektarbeit an. Irgendwie arbeiten ja viele Ansätze mit Projekten. Bei Pyramide sieht die Projektarbeit aber ganz anders aus, als zum Beispiel beim Situationsansatz, beim Project Approach oder bei Regio. Die Projektthemen kommen bei Pyramide nämlich nicht von den Kindern, sondern die Themen sind fix und wiederholen sich Jahr für Jahr. Jeden Monat wird ein anderes Projekt initiiert, das die Gruppe dann gemeinsam mit den Erzieherinnen durchführt. Die Themen sind im Übrigen aber schon so gewählt, dass sie was mit der Lebenswelt der Kinder zu tun haben. Es gibt zum Beispiel die Themen, ich werde immer größer, auf der Straße und auch die verschiedenen Jahreszeiten werden behandelt. Außerdem würde sich der Ansatz auch die Kritik nicht gefallen lassen, dass die Kinder ja gar nicht die Möglichkeit haben, die Projekte mitzugestalten. Jedes Projekt beginnt nämlich mit einem Spielprogramm und im Spiel übernehmen die Kinder die Initiative. Ich denke einfach auch, dass es Geschmackssache ist, welche Form der Projektarbeit man präferiert. Beim Situationsansatz ist es natürlich schön, dass durch die Analyse der Situation der Kinder die Lebenssituation der Kinder aufgegriffen und bearbeitet wird und dass das nach den Vorstellungen der Kinder geschieht. Auf der anderen Seite sind die Anforderungen an die Projektarbeit hier ziemlich hoch und die Erzieherinnen werden bei der Durchführung durch den Ansatz kaum unterstützt. Bei Pyramide ist es anders. Da gibt es zu jedem Projekt eine Handreiche, in der relativ genau erklärt wird, was zu tun ist. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr für sinnvoller haltet. Hinter jedem Projekt bei Pyramide steht im Übrigen ein bestimmter Entwicklungsbereich, der durch die Bearbeitung des Projekts gefördert werden soll. Bei dem Projekt größer ist das zum Beispiel die Denk- und Rechenentwicklung und bei Kleidung die Sprach- und Leseentwicklung. Man könnte jetzt ja denken, dass so ein Pyramide-Kindergarten für die Kinder ab dem zweiten Kindergarten ja ziemlich langweilig wird, weil die ja dann alle Projekte schon kennen. Aber soweit hat Van Koolt natürlich auch gedacht. Die Projekte und die Entwicklungsbereiche, die dabei gefördert werden, bleiben zwar gleich, aber die Themen und der Anspruch verändern sich, wenn die Kinder älter werden. Die kognitiven Entwicklungsbereiche, von denen ich eben gesprochen habe, spielen bei der zweiten von der Erzieherin initiierten Lernform, nämlich bei dem kursorischen Programm, eine wichtige Rolle. Ihr müsst euch das vorstellen wie eine ziemlich intensive Gruppenarbeit, die in die Projekte mit eingebaut wird. Die Kinder, die etwas mehr Unterstützung brauchen, führen unter Anleitung der Erzieherin Aktivitäten durch, die zum Entwicklungsbereich des aktuellen Projektthemas passen und nach und nach immer schwerer werden. Die Idee dahinter ist klar. Es gibt Kinder, die schon viel können und denen die Gruppen- und Spielaktivitäten im Projekt schon ausreichen, um Lernerfolge in den jeweiligen Entwicklungsbereichen zu erzielen. Und es gibt die Kinder, die mehr Hilfestellung benötigen, um zu denselben Lernerfolgen zu gelangen. Der Abstand zwischen den Kindern soll systematisch verringert werden. Genau hier setzt auch die dritte Lernform an, die die Erzieherin anbietet, nämlich das Tutoring. Das ist jetzt eine ganz gezielte Kleingruppen- oder sogar Einzelarbeit mit den Kindern, die größere Schwierigkeiten damit haben, am Gruppenalltag teilzunehmen. Mit denen wird vorgearbeitet. Die Erzieherin weiß ja, welche Aktivität als nächstes im Zusammenhang mit dem Projekt angeboten wird. Die Kinder, die in ihrer Entwicklung zurück sind, arbeiten die Aktivität zusammen mit der Erzieherin im Vorfeld schon mal durch. Sie haben jetzt gegenüber der Gruppe einen Wissensvorsprung und das ermöglicht es ihnen, sich innerhalb der Gruppe in einer ganz neuen Rolle zu erfahren. Sie sind jetzt nämlich die Experten. Und das bringt natürlich Motivation und Selbstvertrauen. Ich fasse die Lernform jetzt nochmal in der Form der Pyramide zusammen. Im Spiel oder beim Selbstlernen agiert das Kind gemeinsam mit anderen Kindern oder alleine. Das Interventionsniveau der Erzieherin ist hier relativ gering. Mit Blick auf die Grundkonzepte eignet sich diese Distanz vor allem für die Kinder, die die Fähigkeit mitbringen, selbst die Initiative für ihren Lernprozess zu übernehmen. Auf einer mittleren Ebene ist die Intervention der Erzieherin dann, wenn sie die Kinder begrenzt unterstützt. Zum Beispiel, wenn ein Projektthema mit der Großgruppe bearbeitet wird. Ich meine, Kinder können halt eben nicht alles selbst lernen. Bei einer intensiveren Unterstützung, wie wir sie bei den kursorischen Programmen oder auch beim Tutoring haben, ist das Interventionsniveau der Erzieherin hoch. Geeignet ist es vor allem für die Kinder, denen es schwerfällt, selbst aktiv Lernerfahrungen zu sammeln. Durch die intensive Förderung sollen sie genau das lernen. So, ihr kennt jetzt die vier Grundkonzepte von Pyramide und ihr wisst, wie das Gleichgewicht zwischen den Grundkonzepten in Abhängigkeit von Entwicklungsstand und Lernform realisiert wird. Im zweiten Video könnt ihr euch die Methode und die Inhalte im Pyramide-Konzept jetzt genauer anschauen. Dazu klickt ihr einfach oben rechts in die Infobox. Soweit aber auf jeden Fall schon mal vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Und dann geht's. Und dann geht's. Und dann geht's. Vielen Dank.